Ja, oder derzeit Livestreams irgendwie nicht funktionieren, auch nicht auf 180p, auch schön, ne? 180p Stream mit 4 Bilder pro Sekunde geht auch nicht. Also, ich weiß nicht, was los ist mit der Internetverbindung in letzter Zeit. Ich werde erst mal die Folgen auf 19 Minuten reduzieren, in Cut-Tips-Scenes auch, leider. Aber, als sie die See- Die Piera damals, hat kein Bock, hier ist das Falsche zu drücken. In den Zeh-Vend. Nein! Boah! Haut auf Jot. Creepy dream. Ah! Was war das Geräusch? Wenn ich nicht mehr wissen, würde ich sagen, dass es so wie ein Plastik schlägt gegen den Konkret. Hmm, ich glaube, es kam von da oben. Vielleicht sollte ich gehen und schauen. Und so, hier finden wir unsere Heroin in einer Spooky Back Alley, schroudet in darkness, in der Mitte der Nachbarnung. Ja, das ist nicht wunderschön. Someone, save me! Huh? Ist das eine Vosuze? Someone, anyone, save me! Save the Zero Dimension! Hallo? Someone there? Come on, answer me! Das ist so weird. Ich könnte es sagen, ich habe es gehört, dass es von hierher kommen. Hm? Wait, was ist das auf der Grund? Es ist fast so, wie ein... ...game-Konsole? Aber wer überhaupt macht das? Es hat eine Blase, eine Swirl-Mark, sogar ein sophisticated-Games-Sommelier, wie ich selbst, nie hat nie gesehen, wie das. Also, ich sehe nicht jemanden hier, also... Ich bin glücklich, dass du sie zurückgekommen hast. Ich bin glücklich, dass du sie zurückgekommen hast. Das Kind ist Nepgear. Sie vielleicht sein älter, aber nicht zufrieden. Sie ist meine kleine Frau. Der CPU-Kandidat der Nation, Planet-Tune. Nept-Tune, wo in der Game-Industrie bist du? Ich bin, das ist nicht die Zeit, um zu spüren. Ich werde dich nicht verabschieden. Gah, ist Isti! Diese kleine, fähig-lückende Frau ist Istuar. Oder Isti, wie ich sie so callen. Planet-Tune's erste CPU-Kandidat der Name ist, in order to keep a record of the Nation's history, und, jetzt, sie actzt als Planet-Tune's Oracle. Sie ist süß, bis sie öffert sich, und, wenn sie ein bisschen Diktator sind, ist ein Charakter-Floh, die ich mit den Writern überraschend zu sprechen, weil sie... Nept-Tune, hör auf mich. Wir sind im Moment der Game-Industrie-Schiff-Period. Und das ist einfach nicht die Zeit für Brash-Behaviour. Ah, komm, Isti! Leitend, es ist nur ein bisschen... Schiff-Period. Wait, was ist das wieder? Selbst wenn ich es so richtig erklärt habe, ich werde es wieder erklären. Also, bitte, hör mal. Der CPU-Schiff-Period ist die Zeit, wenn die Mitglieder starten für neue CPU-Kandidaten zu folgen, stattdessen auf ihre Hoffnung in die, die bereits besieden. Wir sind gerade in der Zeit, wenn die Spiele über die CPU-Kandidaten starten, schweigende ihre Reputaten. In Wahrheit, in diesem Moment, die anderen CPU-Kandidaten haben sich nicht mehr so viel gearbeitet, um die Specialized-Teams zu schützen, um irgendwelchen Angelegenheiten zu schützen. Ich bin total gut. Das ist Planet Toon, die wir sprechen, Isti. Meine Leute lieben mich. Beside, ist Noir nicht der einzige, die eine wirkliche Team gemacht hat? Vert hat das MMO-Türne, und Lan hat Rookie-Novelist-Awards, bald zu kommen. Meine Damen und Herren, warum ist es, dass alle CPUs eine Mache und Appropriate Gefühl haben? Hey, nicht einfach mit den Läzigen Idioten, Istuar. Oh, by the way, diese Frau ist Noir. Die CPU von Last Nation, die Nation Next Door. Sie ist eine Freundlich-Lonel-Soul, nicht wahr, Noir? Shut up, ich bin nicht allein. Das ist die Art der Kugel schlägt. Also, Neptunier, denkst du, dass du diese Konsole fixierst? Es sieht aus, dass es ziemlich broken ist. Ich bin nicht sicher, ob ich kann. Es sieht nicht aus wie Technologie, die ich mit familiarisieren kann. Kann ich es für einen Moment inspektieren, Big Sis? Es kann nicht helfen. Es scheint, dass ich eine Lösung für mich selbst konstruiere. Für Planet Toon's safety. Yet again. Anyone, bitte... Save uns! Huh? N-Neptune! Did you hear that? Oh, I knew I heard something earlier. Good work, Neptunier. Where's it coming from? This is gonna sound weird, but I think the voice came from inside this console. Oh! What is this? Why are we getting swallowed up in our own room? Oh no! W-what should we do? I can't move! Neptune! We're getting sucked in! AHHHHH! AHHHHH! Kurze Wort, man, ich hoffe in den Ohr ist da. Bis zum nächsten Mal. 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 Und? Bis zum nächsten Mal. 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 Set, set! Um... Huh? But... Nothing happened? Hey! That's dangerous! Oh, I see. You don't know it's against the rules to attack during a transformation sequence. I don't think a monster will understand even if you tell them that. I don't know why we can't go HDD, but we have to take care of the enemy in front of us first. Let's go for it! Okay! Okay, we'll see you again soon.